Freunde, heute spielen wir den Pushing-Simulator in Roblox und ich werde jeden wegpushen, Leute. Denn im Pushing-Simulator müssen wir Leute wegschieben. Schaut, wir müssen die einfach wegschubsen. Nimm das, junge Kleiner Nerd und zack! Easy weg! Oha! Alter, wie weit haben wir denn gerade geschubst? Habt ihr das gesehen, Freunde? Weil wir sind schon super stark. Wir haben einfach schon 5 Millionen Stärke. Und wisst ihr, warum wir so krass sind, Freunde? Äh, warte mal. Warum haben wir so schlechte Pets? Also, Freunde, wir sind richtig stark. Wir haben 5 Millionen Stärke, aber unsere Pets sind richtig schlecht. Schaut uns das jetzt mal an. Das sind einfach diese Vögel. Und wir brauchen auf jeden Fall heute noch bessere Pets. Aber erstmal will ich euch zeigen, wie ich hier jeden Hops nehme. Nimm das, böser Professor! Zack, 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 zack! Aber, Leute, ihr wisst ganz genau, Freunde, ich bin viel zu stark für diese Welt. Deswegen gehe ich in eine andere Welt heute. Ich werde heute in die nächste Welt gehen und dort werde ich einfach Saitama besiegen. Guck mal, hier kämpfe ich einfach gegen Madara und Shia. Und dann besiege ich auch easy, Leute. Boom! Du bist kein Problem für mich. Weggeschubst, Leute. Easy peasy. Hier kämpfen wir einfach gegen Freezer, Leute, aus Dragon Ball. Den nehmen wir auch komplett, Hops. Nimm das, Freezer! Zack! Guck mal, der hat 350.000 Stärke, aber wir haben 5 Millionen. Und den ultimativen Boss aus dieser Welt müssten wir auch besiegen. Aber sowas von... Nimm das! Wer ist das? Son Goku? Wahrscheinlich ist das Son Goku, Freunde, den besiegen wir jetzt auch. Und nimm das Son Goku! Bam! Weggeschubst! Easy, Leute! Ey, wir sind so stark. Wir haben einfach alle Bosse hier easy besiegt, denn wir haben hier schon mal eine Folge aufgenommen. Und die könnt ihr euch direkt nach dieser Folge gönnen, Leute. Denn die ist auch richtig cool geworden. Aber in dieser Folge werden wir noch viel, viel krasser und in die nächste Welt gehen. Und am Schluss mal wir hier 1-2-1 gegen Simlaki und überraschen ihn mit unserer extrem krassen Stärke, Freunde. So, Freunde, ich würde sagen, let's go! Wir gehen in die andere Welt und... Zack, Leute, mal schauen, was uns dort erwarten wird. Und... Yo! Wow! Alter! Let's go! Was ist das denn für eine Welt? Okay, welche Bosse erwarten uns auf dieser Welt? Hm, lass uns mal vorbeischauen. Okay, hier als erstes sehen wir Jack. Das ist Captain Jack Sparrow, Leute? Keine Ahnung, wer das sein soll. Ah, warte mal. Ich glaube, das ist die One-Piece-Welt. Das ist die One-Piece-Welt, Leute! Aber ich weiß, das ist einfach ein normaler Pirat. Irgendein Noob-Pirat. Hier vorne ist einfach... Warte mal. Ist das Ruffy? Ist das Monkey, die Ruffy, Leute? Wir haben Monkey, die Ruffy als Gegner aus One-Piece. Freunde, hier vorne haben wir auch einen Piraten aus One-Piece. Und hier vorne haben wir einfach einen Naruto. Fast Naruto ist aber nicht aus One-Piece, Leute. Aber trotzdem, wir müssen hier einfach gegen einen Naruto kämpfen. Und warum heißen die alle so komisch? Warum heißt der Barito, Leute? Sein Name ist doch nicht Barito, der heißt Naruto. Und hier ganz als letzten Boss haben wir einfach... Warte mal, wer ist das denn? Yo! Alter! Ich glaube, Leute, das ist auch der eine aus One-Piece. Aber ich bin mir nicht sicher. 100% bin ich mir nicht sicher, Freunde. Der sieht ein bisschen aus wie Falkenauge. Aber sicher bin ich mir nicht. Und lasst uns jetzt mal schauen, ob wir den ersten Boss schon besiegen können. Gegen diesen Noob-Piraten. Mal schauen. Acht Millionen brauchen wir. Was? Acht Millionen haben wir gar nicht. Oh, da ist viel Schärfe. Ah doch, wir schaffen es trotzdem. Wir schaffen es trotzdem. Aber wir super schnell klicken. Zack, 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 zack. Oh, es dauert ein Lager-Abo. Aber kommt schon, kommt schon, kommt schon. Leute, lasst einen Like da, damit wir ihn besiegen. Let's go! Boom, Alter! Ey, Freunde, wir haben es geschafft, weil ihr alle einen Like da gelassen habt und ein Abo. Was? Habt ihr noch nicht? Ja, dann macht das mal schnell, Leute. Aber ganz schnell. Alle, die noch keinen Like da gelassen haben, haben wir noch kein Abo, Freunde. Lasst alle schnell einen Like da und ein Abo, damit wir hier richtig stark werden heute. Denn ihr wisst ganz genau, für jedes Like und für jeden Abo werden wir einfach um, äh, warte mal, hier können wir krassere Handeln ausrüsten. Lass uns das mal machen. Dann werden wir einfach stärker, Freunde. Ja, wir kriegen immer eins pro Stärke, wenn ihr einen Like da lässt. So, schnell liken, Freunde, also. Und let's go! Wir brauchen unbedingt heute bessere Pads. Ich würde sagen, wir ziehen hier dreimal, äh, nee, zweimal am Glücksrad. Das ist nämlich kostenlos sogar für uns. Let's go! Ziehen wir zweimal dran und vielleicht bekommen wir was richtig krasses, Leute. Und wir bekommen Superlack. Hm, okay, Superlack ist gut, dann kriegen wir bessere Haustiere. Oh, wir brauchen das hier. Hier, seht ihr das? Ein OP-Haus-Pad, Alter. Was ist das denn für eins? Freunde, wir müssen natürlich wieder trainieren. So, wir machen mal automatisches Trainieren an. Und jetzt ziehen wir nochmal am Glücksrad. So, was kriegen wir da raus? Bitte kriegen wir dieses, bitte kriegen wir dieses OP-Pad für 600 Mal plus. Das wäre so krass, Leute. Nein! Was? Schon wieder Superlack? Ey, die wollen mich doch pranken. Ganz ehrlich, Freunde. Ich gebe jetzt extra Robux aus. Und das sind meine letzten Robux. Und danach habe ich keine mehr. Okay, Freunde, dann machen wir das doch nicht, Junge. Ich habe sonst keine Robux mehr. Dann hole ich mir lieber irgendwas anderes. Yo, was ist das denn? Kann ich das irgendwie bekommen? Hä? Nein! Ah! Was? Ich muss 120 Minuten kämpfen? Alter, dieses Pad bekommt man nur mit richtig krassen Aufgaben, die man erledigt. Aber wir haben diese ganzen Aufgaben noch gar nicht erledigt. Was ist das hier, Freunde? Jo, wir kriegen was krasses. Wir haben eingeöffnet. Eine Krabbe, Leute. Sir Crab, Alter. Mr. Crab haben wir bekommen. Warte mal, Alter. Let's go. Hä? Lass uns das mal anschauen. Wie schackt die ist. 44 Mal plus, Alter. Die ist richtig OP. Die ist richtig OP. Die ist viel besser als unser Parrot, Junge. Unser Parrot gibt einfach nur 2,7 plus. Und der hier einfach 44 Mal plus, Alter. 44 mehr Stärke. Jetzt kriegen wir schon viel, viel schneller plus. Schaut euch das mal an. Und hier? Äh, warte mal. Wir können Geschenke ein... Oha! Wie viele Geschenke kriegen wir hier? Okay, wir haben zweimal Superluck bekommen. Let's go. Wir haben Winboost bekommen sogar. Wir haben ein Geschenk bekommen. Was haben wir hier gerade alles bekommen, Leute? Keine Ahnung. Wir bekommen auch ein Pad. Noch ein Pad. Let's go. Let's go, Freunde. Und wir bekommen einen Ninja. Ey, wie krass ist der denn? Der ist selten. Okay, lass uns mal abchecken, wie krass der ist. So. Ist der krass? Oh, nee. Der ist schlechter sogar als unser Parrot. Als unser Papagei-Junge. Egal, wisst ihr was? Wir öffnen hier noch ein paar Geschenke. Let's go! Und was habe ich bekommen? Ah, schon wieder ein Boost. Und jetzt hier, das kann ich auch öffnen. Nee, okay. Ich muss noch ein paar Sekunden warten, um das zu öffnen. Egal, Freunde. Dann würde ich sagen, warten wir noch ein paar Sekunden, um das nächste Ei zu öffnen. Und, und wisst ihr was? Lasst uns mal hier vorne diese ganzen ausrüsten. Die ganze Zeit. Oh, wir haben richtig lange Lack. Okay, seht ihr das? Freunde, wir haben Lack. Wir haben mehr Siege bekommen wir pro Schlag. Ey, das ist richtig OP. Und wir können mit einem Siegen... Warte mal, wir können hier noch ein Ei kaufen. Nein, wir haben nicht genug Siege. Wir müssen Siege kaufen. Wir brauchen schnell mehr Siege. Dann können wir in die nächste Welt. Weil, Freunde, heute wollen wir in die letzte Welt. Und dort können wir einfach gegen Saitama kämpfen, Leute. Gegen Saitama, Leute. Der Typ mit der Glatze, der ist richtig krass, Leute. Aber erstmal kämpfen wir hier ein bisschen gegen irgendeinen random Piraten, der Jack heißt. Nimm das, Junge Pirat, Alter. Und durch den kriegen wir auch schon richtig viele Siege, Leute. Einfach 2,5.000 Siege, Leute. 2.500 Siege ist richtig OP. Und boom, Alter. Man schleudert die einfach so weit weg. Wie krass ist das denn, Alter? Sind wir einfach nur heftig? Oder warum schleudern wir die so weit weg? Und wir kriegen wieder ein Geschenk. Und wir kriegen ein nächstes Ei. Let's go. Oh. Äh. Äh, den hab ich doch schon, Leute. Der ist voll schlecht, oder? Ja, das ist der eine, von dem wir schon die ganze Zeit gezogen haben. Naja. Wisst ihr was, Freunde? Jetzt müssen wir aber wirklich hier rasieren, oder? Jetzt müssen wir hier wirklich rasieren. Mal schauen, ob wir es gegen ihn schon schaffen. Gegen Monkey, die Ruffy. Mal schauen. Und komm schon. Laufi, komm her, Junge. Puh. Nein, 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 nein. Ich will nicht mehr gescheuert werden. Oh, zum Glück wurden wir nicht so weit gescheuert. Dann werden wir einfach aus der Map draußen. So, können wir eine bessere Handel bekommen? Freunde, ein bisschen mal eine bessere Handel-Equip. So, wie viel haben wir? 250. Sechs Millionen brauchen wir dafür. Okay. Okay, das hier können wir ausrüsten. Bam. Okay, jetzt kriegen wir mehr Plus. Ja, jetzt kriegen wir noch mehr Plus. Let's go. Okay, das heißt, wir müssen heute richtig stark werden. Weil wir wollen den letzten Boss auch noch besiegen. Und dafür müssen wir natürlich auch Wiedergebot machen, oder Leute? Ja, 100% müssen wir Wiedergebot machen. Aber erstmal, lasst uns hier vorne ein Ei öffnen. Kommt schon, Leute. Wir müssen was Butes bekommen. Bitte, ich brauche was Besseres als meinen Parrot, meinen Papagei. Der ist voll schlecht. Eine Biene? Lol, die ist episch. Oh, die ist richtig krass, Leute. Okay, die Rüstung wird... Oh, mal 5 plus, Alter. Krass, Leute. Aber nee, ey, das ist auch nicht so gut. Wir brauchen ein OP-Pad. Weil OP-Pads sind richtig Game Changer, Leute. Können wir hier uns irgendwas kaufen? Kommt schon. Und nein, das ist voll teuer. Was? Yo, Dominos X sind komplett teuer. Wir haben keine Roblox, oder? Ey, Leute, wir brauchen Roblox, Leute. Wir brauchen Roblox. So, Junge, sein OP-Pad kostet einfach 1000 Roblox. So viel haben wir nicht, Freunde. Okay, dann müssen wir halt nicht reincheaten. Aber egal, Freunde. Wir werden hier alles legal machen. So, wir besiegen jetzt ein paar Mal. Und dann holen wir uns ganz viele Peter-Guburten. Dann werden wir jetzt auch schneller stärker. Und dann versuchen wir, den nächsten Boss zu besiegen. Freunde, wir haben so hart trainiert. Schaut euch das an. Wir haben jetzt einfach schon 40 Millionen Stärke. Und wir haben einfach 250.000 Siege gesammelt. Und wisst ihr, was wir jetzt damit machen? Ganz genau, Leute. Wir werden jetzt mit doppeltem Lack, was wir noch immer aktiv haben, uns ein paar Eier öffnen für 132.000. So, zack, wir öffnen jetzt ein Ei. Bitte bekommen wir endlich was Gutes. Kommt schon. Let's go, Chef-Doc. Okay, Leute. Ein Chef-Hund. Okay, der muss doch krass sein, oder? Fünften Stärke plus. Okay, gar nicht mehr so schlecht. Ich will mich nicht beschweren, Freunde. Jetzt bekomme ich schon viel, viel mehr plus, wenn ich trainiere. 16.000 plus. Jetzt brauchen wir nur noch eine gute Handtel. So, jetzt brauchen wir mal eine krasse Handtel. Wir rüsten direkt. Warte mal. Jetzt müssen wir noch ganz wenig sparen. Habt ihr gesehen, Freunde? Wir müssen noch ganz wenig sparen. Jetzt haben wir 41 Millionen. Jetzt können wir einfach die 1000 Kilogramm Handtel. Eine Tonne Handtel, Junge. Diese Handtel, die nicht aussieht wie eine Tonne, wiegt einfach eine Tonne. Und schaut mal, wie viel ich plus bekomme, wenn ich hier trainiere. Boah, das ist schon heftig, Junge. Egal, was Simlaki machen wird. Am Schluss werde ich gegen ihn gewinnen. So, Freunde. Ich rufe den jetzt an, Leute. Ganz ehrlich. Ich rufe den jetzt an. Und dann sage ich ihm, ey, Simlaki, weißt du was? Ich trainiere hier gerade. Und wir machen gleich ein 1 plus 1. Ey, Simlaki, Junge. Simlaki. Ja? Simlaki, ich bin gerade mies am trainieren im Pushing-Simulator. Ich nehme dich hier. Ich hopse 1 plus 1, okay? Was, ey? Wir machen am Schluss ein 1 plus 1. Ist dir schon klar, ne? Weil ich gewinne 10.000 Robox. Ich habe keine Robox mehr. Ich brauche dann deine, okay? Ich ziehe dich ab, du eier Kopf. Hey, was? Ey, du wirst schon sehen, Junge. Ich lege auf. Ne, ganz ehrlich. Freunde, am Schluss sich mal 1 plus 1 hier vorne auf dieser Matte. Ich nehme ihn komplett hops, Junge. Aber erst mal muss ich ihn die letzte Welt und den letzten Boss besiegen. Let's go, Freunde. Wir besiegen jetzt hier den vorne. Komm, schaffen wir es gegen den? One-Piece-Charakter. Monkey D. Monkey D. Luffy, Digga. Komm her. Und mal schauen, ob ich es schaffe. Let's go. Ich habe es gegen Monkey D. Ruffy zu gewinnen. Boom. 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 Alter. Weggekickt, Junge. Sind wir nicht die Besten? Ja, Freunde, sind wir. Und wir können ein Geschenk bekommen. So, zack. Büsst du mir auch aus. Let's go. Und jetzt noch einmal gegen den hier kämpfen. Mal schauen, ob wir es gegen ihn schaffen. Ey, ich rasiere dich auch komplett, Alter. Okay, doch nicht. Doch nicht. Oh, nein. No. Oh, er hat mich hops genommen. Naja, Freunde. Aber ihr wisst, was zu tun ist. Jetzt können wir richtig viele Wiedergeburten machen. Unsere ganze Stärke wird zwar verschwinden, aber... Ja, Leute. Dafür sind wir dann richtig OP. Und machen noch mehr Plus, Leute. Also, wir müssen richtig viele Wiedergeburten machen. Denn wir haben noch gar keine. Und eine Wiedergeburt kostet nur 25. Aber, Leute, wir sparen auf richtig viele Siege. Und dann machen wir erst unsere ganzen Wiedergeburten. Also, hier. Bam. Chipper nimmt das, Alter. Ich meine natürlich Monkey Ruffy. Jetzt werden wir richtig oft gegen ihn gewinnen. Und dann machen wir einfach 10.000 Wiedergeburten. Dann machen wir so schnell Plus, Freunde, dass wir den letzten Boss besiegen können. Ja, okay, Freunde. Let's go. Wir haben jetzt einfach schon 500.000 Siege. Ich würde sagen, damit können wir auch safe schon... Oder wir haben auch richtig viel Stärke. Damit können wir safe den hier besiegen, oder? Lass uns das mal ausprobieren. Dann schauen wir, ob wir es schaffen. Und boom. Okay. Besiegen können wir doch nicht. Wir haben... Was, der hat 400 Millionen Stärke? Okay, ja, egal. Wisst ihr was? Wir machen jetzt richtig viele Wiedergeburten. Dann müssen wir zwar wieder von neu mit unserer Stärke anfangen, aber kriegen viel schneller Stärke Plus. Und let's go! Nein. Man verliert mit einer Wiedergeburt alle Siege und nicht die ganze Stärke. Was? Was ist das denn so? Oh nein! Ich habe gerade 500.000 Siege gespart, Freunde. Und einfach 25... Und 25 brauchte ich nur. Ich habe die alle ausgegeben. Ich hätte so viele Pads öffnen können. Warum habe ich das gemacht, Leute? Nein! Ernsthaft? Ich wusste das nicht. Okay, dann mache ich jetzt egal, Freunde. Ich werde das richtig oft gewinnen. Dann mache ich richtig viele Wiedergeburten. Junge, das hat mir keiner gesagt, Alter! Alter, das ist doch viel zu easy, Mann. Okay, jetzt muss ich immer einmal kämpfen und dann muss ich eine Wiedergeburt machen. Dann machen wir das halt so herum, Freunde. Oh, Mann. Ich habe es so verkackt, Leute. Das war die dümmste Strategie, die ich jemals gemacht habe. Junge, ich habe noch nie so einen Dolly-Move gemacht wie jetzt, Alter. Niemals, Freunde. Was war das denn für ein Dolly-Move? Egal. Wir machen jetzt richtig viele Wiedergeburten. Und dann machen wir noch mehr Stärke plus, Freunde. So, zack. Nimm das, Alter. Boom. Ey, Freunde, wenn wir erstmal richtig viele Wiedergeburten gemacht haben und unsere Stärke ja nicht verlieren, dann werden wir ja immer stärker. Guck mal hier. Wir können jetzt wieder eine Wiedergeburt machen, also kriegen noch schneller Stärke plus. Zack. Und, Leute, jetzt können wir wieder kämpfen und wieder eine Wiedergeburt danach machen. Das heißt, wir werden immer mehr Prozent Stärke bekommen. Und das heißt, dass wir immer stärker werden und gleich den letzten Boss besiegen können. Aber erstmal müssen wir diesen Piraten dort vorne bekämpfen mit den blauen Haaren, Leute. Aber schaffen wir auch easy. Keine Sorge. So. Nimm das, Alter. Ich muss jetzt richtig oft gegen den hier kämpfen. Und das Gute ist, wir verlieren halt echt nicht unsere Stärke. Aber das wusste ich nicht. Ich dachte, wir verlieren unsere Stärke, aber unsere Siege nicht. Ey, Freunde. Einfach für diesen Move, dass ich gerade 500.000 Siege ausgegeben habe. Für eine Wiedergeburt, die komplett die Noob-Wiedergeburt war. Lasst jetzt alle einen Like da, Freunde. Und schreibt in die Kommentare einen traurigen Smiley. Einmal einen traurigen Smiley in die Kommentare für diese Aktion, Freunde. Alter, Junge, ich bin so traurig. Egal, Freunde. Jetzt müssen wir die ganze Zeit trainieren und dann schaffen wir das schon. Dann holen wir uns halt jetzt die ganzen Wiedergeburten. So. Komm her, Mann. Ich brauche eine Wiedergeburt. Noch ein paar hole ich mir. Freunde, let's go. Wir haben so hart trainiert. Jetzt können wir bestimmt hier Käpt'n New Tooth besiegen, Alter. Nimm das, Alter. Let's go. Boom. Yo, wir sind so krass, Alter. Let's go. Yo, wir schaffen es sogar. Ey, wie kräftig sind wir, Junge. Wie heftig sind wir. Okay, wir müssen jetzt noch die Letzten besiegen. Komm schon, komm schon, komm schon. Müssen wir weiter, 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 weiter. Schaffen wir es auch gegen den hier? Komm schon, Freunde. Und wie viel hat der? Oh, ne, 2 Millionen. Ja, okay, okay. Ich gebe direkt auf. 2 Milliarden. Da habe ich keine Chance. Ich habe erst eine halbe Milliarde. Hm, was machen wir, um stärker zu werden? Voll, ich glaube, wir müssen Robux ausgeben. Wir müssen Robux ausgeben, um stärker zu werden. Hier, hier geben wir Robux aus. Alter, wir kaufen uns das hier, oder, Freunde? Wir müssen es tun. Wir müssen es tun. Sonst werden wir nie stärker, Leute. Was machen wir denn, wenn wir nie stärker werden? Dann können wir direkt verkaufen gehen, Leute. Ich habe euch noch versprochen, dass wir es schaffen, bis in die nächste Welt zu kommen. Bist du Saitama? Okay, Freunde, ich werde jetzt extra Robux ausgeben. Ist mir egal, Freunde. Ich gebe jetzt Robux aus. Let's go! Oh, wir haben es gekauft, weil wir jetzt einfach wieder was Gutes. Let's go! Junge, was ist das denn? Empyreus? Ey, Freunde, der ist selten. Okay, mal schauen, ob das sich gelohnt hat. Wir haben 400 Robux ausgeben. Was? 23 Stärke plus? Jo, das ist ja recht krass. Okay, rüsten wir direkt aus. Hä? Warte mal. Oh, 320 mal Stärke plus. Alter, jetzt bekommen wir safe richtig viel, oder? Und warte mal, Freunde, ganz vergessen, wir können auch jetzt richtig krasse Sachen ausrüsten. Denn, warte mal. Freunde, schaut euch das mal an. Wir können einfach hier 7000 Kilogramm ausrüsten. Das sind 7 Tonnen, Freunde. Jo, äh, nein. Wie viel bekommen wir jetzt plus? Alter, wir bekommen einfach 5 Millionen plus mit einem Mal. Hä? Wir sind ja richtig krass, Freunde. Junge, wir sind so krass. Wir haben jetzt eine Milliarde schon. Ey, Freunde, und ich dachte, ich schaffe es nicht in die nächste Welt. Natürlich schaffen wir es. Okay, lasst uns auf 2 Milliarden sparen und dann kämpfen wir gegen Naruto. Let's go, Freunde. Let's go, Freunde. 2 Milliarden gehören und... Und, Leute, wir machen auch mal eine Wiedergeburt, damit wir noch mehr Plus bekommen. Okay, let's go, Freunde. Wir haben jetzt einfach genug, um gegen Naruto zu kämpfen. Mal schauen, ob wir es schaffen diesmal. Und, Naruto, jetzt kriege ich dich. Eben habe ich es noch nicht geschafft, aber jetzt kriege ich dich. Let's go. Nimm das, Naruto. Ey, es wird schwer, Freunde, aber wir schaffen es. Let's go, Alter. Und weg mit ihm. Wir haben ihn nicht so weit geschubst, aber wir haben es geschafft, Freunde. Gegen Naruto schon zu gewinnen. Mal schauen, wie viel wir brauchen, um gegen ihn zu gewinnen. Und, Leute, können wir es schaffen gegen den finalen Boss? Gegen Falk... Oh, der hat 20 Milliarden. Was? Ja, okay, Freunde. Dafür müssen wir doch ein bisschen sparen. Ähm, okay, Freunde. Dann sparen wir mal lieber. Aber wir können ein Wiedergeburt machen. Let's go. Jetzt kriegen wir noch mehr Plus. Und, Leute, ich glaube, bei 2 Milliarden, wie viel Kilo können wir jetzt ausrüsten? Yo, 20.000 Kilogramm. Das sind 20 Tonnen, Leute. Okay, 20 Tonnen, Junge. Und jetzt kriegen wir einfach... Yo, wie viel bekommen wir Plus? 16 Millionen, 16 Millionen, 16 Millionen, 16 Millionen, 16 Millionen. Alter, wir kriegen ja richtig schnell Plus. Alter, wir haben gleich schon 20 Milliarden. Junge, freue ich mich, wenn man einfach jetzt mit einem Curl einfach schon, also mit einem Bizeps-Curl, und indem wir stärker werden, machen wir einfach pro Millisekunde 16 Millionen Plus. Das ist so heftig, Freunde. Wir werden ja richtig stark heute. Let's go, Leute. Wir werden einfach super stark, Junge. Let's go. Und wir öffnen ein Ei. Was bekommen wir jetzt raus? Oh, okay. Das haben wir schon tausendmal. Diesen Vogel haben wir tausendmal, Leute. Alter, Freunde, wir sind so krass. Wir haben gleich schon einfach... Wow, wir haben gleich einfach schon 12 Milliarden. 12 Millionen erreicht. Leute, wir sind so heftig. Wir öffnen jetzt hier voll ein Ei. Let's go. Zack, 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 zack. Was bekommen wir raus? Und bitte was Gutes. Hä? Leute, Legendary, Legendary haben wir bekommen. Okay, wie viel gibt uns das? Yo, 20 Mal Plus. Okay, das ist gut, das ist gut. Das ist unser Drittbestes dann. Gar nicht mal so schlecht, Leute. Hä? Warte mal. Seit wann haben wir das denn? Seit wann haben wir das denn bekommen? Huge Pinguin. Alter. Leute, hä? Äh, nein. Laber nicht. Haben wir hier gerade aus dem Geschenk für 0,05% Chance diesen Riesen-Pinguin bekommen? Oder woher haben wir den, Freunde? Hä? Woher haben wir den? Warum ist der so heftig, Freunde? Loin, wir haben einfach einen riesen, krassen Pinguin bekommen. Und der gibt einfach 150 Mal Plus. Ey, Freunde, wir haben jetzt richtig heftige Pads. Am Schluss, am Anfang hatten wir nur diese drei Pads. Und jetzt haben wir einfach schon die hier. Und die sind alle drei heftig. Und guck mal, wie viel wir jetzt Plus bekommen. 50 Millionen Plus mit einem, mit einem Mal, Freunde. 50 Millionen Plus, Alter. Okay. Das heißt, wir werden gleich schon 20 Millionen haben. Guck mal, wie schnell das da oben geht. Eine Million, eine Million, eine Million. Junge, Alter, Freunde, das geht so schnell. Wir haben einfach in einer Sekunde 100 Millionen. Boah, Alter. So, damit schaffen wir es locker in die nächste Welt. Wisst ihr was, Freunde? Wir können jetzt einfach den letzten Boss besiegen. Lasst uns das direkt machen. Und danach rufen wir so ein Nacki an und zeigen ihm, wie krass wir sind. Dann nehmen wir ihn komplett hops. Falkenauge, nehmt Mist, Junge. Jo, wir sind viel heftiger als der. Bam. Jo, wir haben ihn so weggeschubst, Junge. Wir haben ihn so weggeschubst, Freunde. Let's go. Boah, zwei Millionen Siege habe ich mit einem Mal bekommen. Wenn ich ihn einmal hier runterwerfe, kriege ich einfach zwei Millionen Siege. Was? So viel? Freunde, wir brauchen fünf Millionen Siege, um in die nächste Welt zu kommen. Lass uns das machen, Freunde. Let's go. Lass uns das machen. Freunde, wir sind so krass geworden, Junge. Let's go. Wir kämpfen jetzt noch einmal gegen Falkenauge. Rasieren den unter dem. Semlucky, komm, Junge. Semlucky, bist du da? Ich will dir was zeigen. Okay, komm mit meinem Simulator. Ich bin da, Uri. Ich esse Proteinpulver, damit ich noch viel stärker werde. Ich esse es. Was? Dein Ernst? Ey, Junge. Leute, let's go. Ich gehe jetzt hier in die Lava World. Und bam, Junge. Lava World. Let's go, Freunde. In der letzten Welt sind wir. Ey, ich bin lucky. Ich bin einfach in der Saitama-Welt, Junge. Saitama-Welt. Schaut mal nach vorne. Saitama-Welt. Ich bin schon viel krasser als du, Uri. Was lauerst du? Ja. Junge, jetzt besiegen wir One-Punch-Man, Freunde. One-Punch-Man. Let's go. One-Punch-Man. Komm her, Junge. Boom. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance. Wir wollen den One-Punch-Man besiegen, Alter. Mach eins fürs Eins zu gegen mich, wenn du dich traust, Junge. Okay, okay, Leute. One-Punch-Man ist ehrlich gesagt viel, viel zu krass, Leute. Aber jetzt gehen wir zu Semlaki rüber und machen gegen ihn ein Eins versus Eins. Ja, komm, Uri. Komm, ich habe gar keine Angst vor dir. Für dich muss ich in die erste Welt gehen, ne? Du kleiner Noob. Für dich musst du in die erste Welt gehen. Ich bin nicht in die erste Welt. Ich bin in die erste Welt. Ich bin in die zweite Welt schon. Wow, was? Zweite Welt? Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, Semlaki. Eins versus Eins. Let's go. Bist du ready? Schau mein Bizeps an, Uri. Okay, komm. Dein Bizeps. Zeig her, Alter. Komm her, Semlaki. Ich gehe auf die blaue Seite. Du kannst auf die rote Seite gehen. Ich hasier dich jetzt. Machen wir, Uri. Hier, guck mal. Ich hasier dich jetzt. Und BAM. Uri, ich nehme dich hoch. Äh, Semlaki. Ich habe einmal getippt, um dich zu hasieren. Einmal. Ich habe gewonnen, Uri. Du Noob, Junge. 10.000 Robux gehören mir. Hä? Hey, Semlaki. Komm her. 10.000 Robux. Ich habe gewonnen, Uri. Ich habe gewonnen. Hä? Der ist einfach gelieft, Freunde. Ernsthaft? Oh, Mann. Jetzt kriege ich keine 10.000 Robux, Leute. Egal, Freunde. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abonnier-Kanal. Aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, Freunde. Drückt jetzt schnell auf die nächste Folge. Genau hier vorne. Die nächste Folge wird nämlich auch richtig cool. Und falls ihr noch eine Folge von der hier sehen wollt, in diesem Pushing-Simulator, wo wir One-Punch-Band besiegen, dann lasst jetzt ein Like da, abonnier-Kanal und schreibt es in die Kommentare. Alleine einzeln in die Kommentare, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt. Kuske raus. Ciao, ciao.